hi zusammen ich habe gerade ein Auffruch gekriegt vom Trippelschicht und dann mache ich einfach ein Video dazu weil es einfach ein bisschen einfacher ist zu deiner Auffruch wie die Sicherung rausgeht also die Schraube hier die musst du nicht lösen und zwar gehst du gerade mit dem Schraubezieher ein bisschen da unten drunter da ist die Öffnung und hebelst das ganz vorsichtig nach oben und zack tada und da ist schon die Sicherung das war's ich hoffe ich konnte erhelfe bis dann tschüss